Also heute habe ich das Angebot gekauft, aber halt nur 5 gezogen. Also habe ich das auch nicht aufgenommen und hier ist das andere Angebot, das Sonderangebot mit 4 Megaboxen. Fürs neues Angebot, da hat man 170 Scherps gekriegt und hier mal Megaboxen für 139 Scherps. Mein Freund ist wieder dabei, also er ist fast immer dabei. Also bei dem Border-Feeder ist er eigentlich fast immer dabei. Also Leute, und? Darf ich sagen oder nicht? Ja, mein Freund hat auch... Also, ich habe mit meinen neuen Quests auf meinem Tablet, man kriegt am Anfang, wenn man bei Trophäen fahrt, Quests abholt, sehr viele Quests. Und die habe ich heute alle gemacht und gespart im Brawl-Post. Und Leute, es war krabbel. Ich habe wie viele Brawler gezogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Brawler. Aus 15 Boxen gezogen. Aus Big Boxen habe ich jetzt nicht so viel gezogen, aber aus den 2 Megaboxen habe ich zweimal die 7 gezogen. Bei der letzten Megabox war Nani und... ...jaglobe ich Jackie drin. Aber es ist nice. Jetzt kann ich gut hier pushen. 6 Uhr aus Big Boxen gezogen. Es war krank schön. Ja, okay. Jetzt kann ich wieder gut da werden. Und jetzt öffne ich die Boxen. Mal gucken, ob ich ja kann. Das ist ein Megaboxen. Sieben! Was? Warum ziehe ich so oft in mein Leben sieben? Ich war so wie ich, so wie ich. Guck auf meinen Account, aber sag nicht. Ja, warum nicht? Sieben! Ich hab nicht, ich drehe mich aus. Warum? Und so oft sieben. Und wenn ein Nächster aus meinem Leben ist, dann reagier ich auch nicht. Okay? Star-Power von Puppet. Und das weiter und nicht. Fünf? Aber ich hab Sandy auch schon gemacht. So, deswegen konnte ich schon Gadgets ja dritten. Und fünf? Und sechs bei der letzten. Bei der letzten noch sechs. Star-Power von Barley. Die andere, die andere, das ist schade. Oh, okay. Nice. Digga, jetzt hab ich eigentlich auch dreimal sieben untersucht. Ja, dreimal sieben verbleiben. Und eine State verbleiben. Und einmal aus der Big Book und zwei Blinker. Und ich hoffe euch, dass ich noch nur Power 7 machen kann. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und ciao.